Hallo, ich bin Martina Gebhardt, ich bin Ergotherapeutin und ich freue mich, dass du heute hier auf meinem Kanal positive Alltagskompetenz bist. Ich habe in meiner Praxis immer wieder das Thema mit autistischen Menschen, dass sie Schwierigkeiten haben mit Zeitangaben. Und zwar, wenn wir Zeitangaben nehmen, die nicht genau sind. Ich möchte da mal ein Beispiel auch aus dem Film Adam erzählen. In dem Film Adam ist es so, dass er sich verabredet mit einer Frau und die sagt, ja okay, ich komme so gegen 8. Das hat bei ihm schon Stress ausgelöst. Gegen 8, was ist das? 5 vor 8, 10 vor 8, 3 vor 8, 1 vor 8. Er stand also dementsprechend sehr vor 8 schon an der Tür und sie kam aber kurz nach 8 und er hat es nicht mehr geschafft, die Tür aufzumachen. Das ist eine Situation, die ist nicht ungewöhnlich, das höre ich immer wieder. Das ist dann wie eine innere Blockade, dann geht dann nichts mehr. Pünktlichkeit und Genauigkeit ist sehr wichtig. Ich weiß, mir gelingt es manchmal auch nicht, weil im therapeutischen Prozess überziehe ich mal und ich bin nicht ganz pünktlich, aber ich entschuldige mich immer, weil ich weiß, was für ein Stress das auslöst. In meinem Alltag ist es auch oft, dass ich sage, naja, ich komme so gegen oder demnächst oder bald, so ungefähr dann. Also das sind Worthülsen, die lösen bei autistischen Menschen Schauer aus. Die mögen es gerne ganz genau und das zieht sich durch viele Bereiche. Dann stellen sie zum Beispiel einen Antrag und dann, wenn sie dann nachfragen, wann wird der bearbeitet? Na ja, sie können demnächst damit rechnen, mit einer Antwort. Das blockiert die. Dann geht demnächst, bis demnächst, was ist denn demnächst? Geht dann auch nichts. Also das stresst mich zwar auch, also auch nicht autistische Menschen. Es kommt zum Beispiel jemand beim Heizung ablesen oder Handwerker oder eine Lieferung im Zeitraum von bis. Aber ich schaffe es dann, dass ich sage, okay, dann bin ich zwar zu Hause, aber ich kann dann Dinge erledigen. Ich weiß und höre immer wieder von autistischen Menschen, dass sie sagen, wenn es heißt, von acht bis zwölf in dem Zeitraum kann der Handwerker, die Telekom, der Heizungsableser kommen, die können in dem Zeitraum nichts anderes tun, weil es könnte ja jeden Moment passieren, das Ereignis und sind dann wie blockiert. Das ist ein unheimlicher Stress, der manchmal nicht zu vermeiden ist oder weil man keinen Einfluss drauf hat. Zum Beispiel, wenn ich halt auf einen Antrag warte und die Behörde mir sagt, ja, demnächst wird es kommen. Das kann ich nicht so beschleunigen. Ich kann aber versuchen, in meinem Umfeld zumindest dafür zu sorgen, bitte macht genaue Angaben. Also wenn ich mich mit einem Freund oder Bekannten verabrede, dass ich darum bitte, nicht gegen acht zu sagen oder wir können uns am Vormittag, ich komme mal vorbei. Das sind Sachen, die lösen Stress aus und den kann ich vermeiden. Und wenn ich weiß, ich habe mit einem autistischen Menschen zu tun, dann mache ich genaue Zeitangaben und umgekehrt als autistischer Mensch kann ich mit meinem Umfeld sprechen und sagen, das stresst mich, bitte mach das nicht. Weil es gibt halt Situationen, da habe ich nicht so einen Einfluss drauf, weil die werde ich nicht dazu überreden. Also ich werde ein Heizungsableser oder Telekom oder so, die machen immer diese Zeitfenster. Die lassen sich da auf nichts ein. Das sind dann schon Stressmomenten, die kann ich nicht verändern. Aber was ich verändern kann, ich kann das in meinem persönlichen Umfeld Wert drauf legen, dass ich genaue Zeiten brauche und genaue Pünktlichkeit bzw. wenn keine Pünktlichkeit ist, dass man mich informiert, damit ich mich drauf einsteigen kann, weil dann geht es mir besser. In diesem Sinne sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 18 Uhr wieder. Vielen Dank.